hallo youtube und willkommen zu einer neuen ausgabe bei matbox ja mein leben hier ist wieder der ächsel und ich stelle euch heute mal ein paar frontlader werkzeuge vor und die sind passend für den fanfarmer 100 und die ihc familie kommen einfach mal beim händler rein da gehen wir unter werkzeuge und da sind wir schon dabei frontlader ist das ganze zu finden und das wollen wir einfach mal ein bisschen nach hinten und da sehen wir schon den frontlader und ja den können wir einmal wählen mit stoll beschriftung und mit fan beschriftung mehr gibt es dazu allerdings nicht wir können noch die farbe ändern von schwarz über die fanfarben und ja das dazu dann haben wir noch die misstgabe den silage cutter in schaufeln können wir hier könnt ihr sehen schaufel können wir etliches laden dann haben wir noch die gabel mit spieß dann haben wir die rundballen zange hier auch noch mal für rundballen die paletten gabel und die ballen gabel wir können das ganze noch mal in den farben beziehungsweise auch in den decals wählen seht ihr hier an der seite und wir können von gelb bis über schwarz grau könnte man sagen grün bis hin zu ihc wählen denn wie gesagt es ist für den fanfarmer 100 und für die ihc familie gangbar hier haben wir noch die schaufel können wir auch stoll oder fendt wählen das ganze auch wieder in den ganzen farben seht ihr hier wunderschön gemacht kann man nicht meckern und wir schauen uns das ganze mal in live und den farben doch wir schauen wir schauen einfach mal wie das ganze so ja wenn man sagen pixel mäßig aussieht ist hier an sich nicht der fall es ist auf alt gemacht wenn man hier herangehen sehen wir das auch und wer alte maschinen mag wie auch ich finde das definitiv schön also meine persönliche meinung dazu ist wirklich gut gelungen denn gut sind wir mal ehrlich was kann man ja viel verkehrt machen allerdings ich will es nicht so laut sagen man kann auch hier viele fehler aber ist ja nicht der fall es sieht gut aus es ist funktionell und es ist auch für die alten maschinen gemacht deswegen wir schauen einfach mal rein wir bauen das ganze mal an und dann nehmen wir uns mal die schaufel dass wir auch sehen dass das ganze laden kann so wir fahren hier ran rücken natürlich kuh dann baut es das ganze an und ihr seht es ist funktionell es bewegt sich alles man kann nicht meckern es glitscht irgendwo es ist nirgendwo dass da nichts passt von der bewegung her ihr könnt ihr sehen funktioniert sehr gut kann man absolut nicht meckern so wollen wir uns mal noch die schärfe und dann werden wir noch kurz etwas stroh hinein machen in der gute mein lieben wenn ihr immer up to date bleiben wollt dann abonniert gern den kanal modbox macht immer die glocke an denn nur wenn die glocke an ist wisst ihr auch wann die aktuellen neuesten mods da sind und sie bleibt ja immer up to date und seit immer gut versorgt so wie wir hier sehen es ist auch in der schaufel gut gemacht kann man nicht meckern wir waren das ganze jetzt noch mal kurz auskippen damit man auch sehen wie hier die animation ich finde es cool haben wir absoluten schmecker ganz kurz noch zu den credits das ganze ist ein software dann publisher ist vom bitten mods die idee und umsetzung ist von leo 6 30 von fbm die bilder von flowrider 86 erster unterstützer team fbm original kommt das ganze von fl tools bei giants ja mehr gibt es dazu nicht zu sagen außer wenn es euch gefallen hat dann lasst das däumchen da ich sag erstmal tschüss und tschau bis zum nächsten mal